dann wollen wir mal direkt weitermachen aber erstmal gehen wir zur katharina oder wie auch immer die heißt und holen uns und uns die berührung von levelaufstieg ab ad astra abyss ask welcome to the adventurous guild wir können auch laufen okay Okay. Ist das eine Antwort von dieser Welt? Geh! wenn man sagt die ganze da drüben oh gott wird ganz schön windig draußen ich davon ein großer fan bin auch diese blume und dann und endlich damit weitermachen Warum ist das passiert mit mir? Ich sollte ihn nicht helfen Wer? Vielen Dank für mich zu retten Du bist viel mehr reliable als die Favonius-Güß Das ist nichts, er ist ein Traveler Er hat sich immer mit Sachen wie das alles Traveler? Ich habe gehört von dir über dich Ich habe nicht gedacht, dass ich von dem, den ich hier zu treffen Oh, also du bist der... Haha, ich wusste nicht, wie ich dich zurückbezahlen könnte Aber jetzt, denke ich, ich werde dir die Intel für frei geben Die Leute in unserem Zirkel wissen, wie wichtig das Netzwerk ist Jetzt ist es dann wirklich auch in Ordnung Na ja, du hast mein Leben geholfen Glücklich? Aber es ist Glück für Kaia, nicht wahr? Er sollte die Intel bezahlen Hmm, vielleicht schon心plett ist, wie ich es glaube es In der Stadt say Ich lass mich einfachen Ja, ich bin der, ich weiß nicht Ich weiß nicht, wenn ich das gehe Ich lange verlinte, was ich in der Stadt Und ich denke, es sei mir Ich kann dritteln, wie ich glaube, es scheinen Ich kenne mich nicht Ja, ich denke, es ist es Ich weiß nicht, es sei es Vielleicht, es sei es Es ist es Es ist eine Schwanza aanhaltung Es ist es Es ist es Ich denke, es würde Well, should be a piece of cake for you, right? Paimon will lead you to it, then. Ja, irgendwie schon. Well, if you can't solve it, we can ask Kaia, he seems like a nerd, too. Paimon wiederholt auf die Sünddämonen-Lut. Ich will Ihnen die Intel, so dass Sie es in any time reviewen können. Thanks, Vial. Drei six-armed Giants reside in the city in the lake. Zwei Guard, the statue, one, the treasure. What does that mean? If you don't want to ask Kaia, you better figure it out. Genau. Das ist, äh, Winter. Das ist, äh, Winter. Drei. Das ist, äh, Winter. Der hat sich nicht mehr ausgerichtet. Das ist, äh, Winter. Das ist, äh, Winter. so wollen wir mal das letzte lösen glaub ich weiß noch was das rätsel wenn ich mich nie irre sind dass diese windmühlen ja so sechs stück haben die ja okay mr post mage Okay, dann weiß ich jetzt wenigstens, wo ich hin. So, Junge. Vermisstung gesucht, junge Frau, blonde Haare, exotische Kleidung, sehr auffällig. Mehr Informationen hierzu zunehmen, kann kontaktieren, schlägst du auch an Amber. Ah! Das ist unsere Schwester. Wilmin. Oh. Oh, let me see what's inside. She doesn't love him at all. The passion rushing through the clear spring is just a front. When she's cold and alone, her true heart is revealed. There's another map. Oh. Und, machen wir noch gar nicht. Paimon's dizzy already. Oh no, Paimon used up all her brain juice. Wann hast du bitte nachgedacht? Paimon will let you have all the fun. Or you could get Kaya to help. Oh ja, ich weiß, wo das ist. Ähm. Ja, dann holen wir uns mal den nächsten, äh, Punkt. Oh, look what we have da. The list there. Okay. 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 Let's. альеленese. Oh. 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 Geh! Überlegen. Oh, züli. Wollen wir das mal? Oh, diegung. Ach, ja. Müsst du auch ein bisschen aufpassen, ne? So, hören wir zu ihm noch kurz den Teleporter. Ah, und dann... Und wir uns den, äh... Oh.